Der Landkreis Coburg liegt im Nordwesten des Regierungsbezirks Oberfranken in Bayern. Die kreisfreie Stadt Coburg ist ganz vom Landkreis Coburg umgeben. Geografie, Lage Den Nordwesten des Kreisgebietes bildet eine flachwellige Hochfläche, die überwiegend als Ackerland genutzt wird. Der nördliche Teil des Landkreises wird zum Vorland des Thüringer Waldes gezählt und besitzt bereits einen deutlichen Mittelgebirgscharakter. Da er ist bis auf Rodungsflächen von ausgedehnten Laubwäldern geprägt. Zwischen diesen beiden Landschaften liegt der Muschelkalkzug der Langenberge, deren Kargaboden von Nadelwäldern bedeckt ist. In den Langenbergen liegt das Naturschutzgebiet Lauterberg. Der Buchberg bei Rottenbach ist mit 528 Meter ü. nn die höchste Erhebung im Landkreis. Im Süden erstreckt sich das zum fränkischen Kölpaliersland gehörende Zügelind. Nachbarkreise Der Landkreis grenzt im Urzeigersinn, im Nordwesten beginnend an die Landkreise Hildburghausen und Sonneberg sowie an die Landkreise Kronach, Lichtenfels, Bamberg und Hassberge. Geschichte In der Folge gehörte die Region zum Kurfürstentum Sachsen. Nach 1547 zu den sächsischen Herzogtümern und von 1826 bis zum Ende der Monarchie zum Herzogtum Sachsen-Koburg und Gotha. 1858 führte das Herzogtum Sachsen-Koburg eine Trennung von Verwaltung und Justiz ein. So wurde der Landkreis Koburg aus den Bezirken der 1802 bzw. 1807 gebildeten Justizämter Koburg II, Neustadt bei Koburg und Rodach sowie dem 1826 hinzugekommenen Amtssonnefeld eingerichtet. Das Justizamt Koburgi umfasste die Stadt Koburg. 1877 wurde auch der Amtsbezirk Königsberg dem Landkreis Koburg zugeteilt. Die bisherigen Justizämter wurden dann als Amtsgerichte bezeichnet, wobei die Justizämter Koburgi und Koburg II zum Amtsgericht Koburg vereinigt wurden. Die Städte Koburg, Neustadt bei Koburg, Rodach, Sonnefeld und Königsberg unterstanden nicht dem Landkreis Koburg. Sie hatten eine eigene magistrale Verfassung. Bezirksamt Nach einer Volksabstimmung 1919 wurde der Freistaat Koburg am 1. Juli 1920 mit dem Freistaat Bayern vereinigt. Der Freistaat Bayern passte die Verwaltungsstruktur im ehemaligen Herzogtum Sachsen-Koburg seinem übrigen Staatsgebiet an. Aus dem bisherigen Landkreis Koburg wurde das Bezirksamt Koburg das für die Amtsgerichtsbezirke Koburg, Neustadt bei Koburg. Rodach und Sonnefeld zuständig war. Der ehemals koburgische Amtsgerichtsbezirk Königsberg wurde als dortige Enklave dem Bezirksamt Hofheim in Unterfranken zugeteilt. Die Städte Koburg, Neustadt bei Koburg und Rodach wurden als kreisunmittelbare Städte in Oberfranken weitergeführt, während die Städte Sonnefeld und Königsberg in die jeweiligen Bezirke eingegliedert wurden. 1921 wurden die Amtsgerichtsbezirke Koburg, Neustadt bei Koburg, Rodach, Sonnefeld und Königsberg zum Landgericht Koburg zusammengefasst, wobei 1925 bzw. die Amtsgerichte Königsberg und Sonnefeld aufgehoben wurden. Am 1. Januar 1931 wurden die Gemeinden Altenhof mit den Orten Tarnbach und Herrgramsdorf sowie Schockendorf mit den Orten Eicher, Krebsmühle, Siebenwind und Ziegelhütte aus dem Bezirksamt Staffelstein übernommen. Am 1. Juli 1934 wurde die Stadt Koburg um Gemeinden des Bezirksamtes vergrößert. Landkreis Am 1. Januar 1939 wurde wie überall im Deutschen Reich die Bezeichnung Landkreis eingeführt. So wurde aus dem Bezirksamt der Landkreis Koburg. Am 1. Januar 1940 wurden die kreisfreien Städte Neustadt bei Koburg und Rodach in den Landkreis Koburg eingegliedert. Der Landkreis hatte den Zweiten Weltkrieg relativ unzerstört überstanden und wurde im April 1945 durch die 11. US-Panzerdivision besetzt und Teil der amerikanischen Besatzungszone. Während das thüringische Hinterland zur sowjetischen Besatzungszone gehörte und bis 1949 durch die Zonengrenze bzw. ab 1949 in der deutsche Grenze abgeschnitten blieb. Der Landkreis lag somit im Zonenrandgebiet. Am 7. Juni 1946 wurde Neustadt wieder aus dem Landkreis Koburg herausgelöst. Koburg blieb stets als kreisfreie Stadt erhalten. Am 1. Januar 1972 trat der Landkreisgemeinden an die kreisfreie Stadt Koburg ab. Am selben Tag verlor er die Gemeinde Ketschenbach an die kreisfreie Stadt Neustadt bei Koburg. Durch die Gebietsreform zur Neugliederung der bayerischen Landkreise wurden am 1. Juli 1972 dem Landkreis Koburg die Stadt Neustadt bei Koburg. Teile des früheren Landkreises Staffelstein mit Sesslach sowie einige Ortschaften des Landkreises Ebern zugeordnet. Die Gemeinden Steinach an der Steinach, Hof an der Steinach, Hopp an der Steinach, Leutendorf und Mütlitz wurden 1974 in den Landkreis Kronach eingegliedert. Kreissitz blieb die kreisfreie Stadt Koburg, die durch Eingemeindung einiger Gemeinden des Landkreises Koburg entsprechend vergrößert wurde. Der Landkreis Koburg erreichte damit seine heutige Ausdehnung. Die Stadt Neustadt bei Koburg erhielt als Ersatz für den Verlust der Kreisfreiheit den Status einer großen Kreisstadt. Am 1. Januar 1975 trat der Landkreis Koburg die Gemeinde Freiberg an den Landkreis Lichtenfels ab. Dort wurde sie nach Igenbach eingemeindet. Am 1. Juli 1976 trat der Landkreis die Gemeinde Neu- und Nähershof und am 1. Januar 1977 die Gemeinde Bertelsdorf an die kreisfreie Stadt Koburg ab. Am 1. Januar 1978 wurde der Landkreis Koburg mit den Orten Neunsock und Forstab des Landkreises Lichtenfels vergrößert. In den 1960er Jahren gab es im Kreisgebiet 129 und vor dem Stichtag der Gemeindegebietsreform am 10. Mai 1978 noch 51 Gemeinden. Heute sind davon noch 17 Städte und Gemeinden verblieben. Einwohnerentwicklung Zwischen 1988 und 2008 wuchs die Einwohnerzahl des Landkreises um über 7.300. Allerdings ist die Tendenz seit 2000 nach einem Höchststand von über 92.000 wieder rückläufig. Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf den Gebietsstand vom 25. Mai 1987. Wirtschaft Die Industrialisierung hat im Landkreis Koburg sehr früh begonnen. Koburg ist bayernweit eine der ältesten Industrieregionen. Heute gehört der Koburger Raum zu den am stärksten industrialisierten Regionen Deutschlands, vorwiegend geprägt durch Klein- und Mittelbetriebe. Strukturprägend sind vor allem die alten Industrien Polstermöbel und holzverarbeitende Industrie, Spielwarenindustrie und Christbaumschmuckherstellung, Korbwaren- und Kinderwagenherstellung, keramische Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, sowie die Elektrotechnik. Die fünf größten Arbeitgeber im Landkreis Koburg sind mit Stand 2011 die Habermas-Firmenfamilie in Bad Rodach, Valeo Klimasysteme in Bad Rodach, St. Gobert Industriekeramik in Rödental, Schumacher Packaging in Ebersdorf bei Koburg, sowie die Schirlich-Polstermöbelwerke in Ebersdorf bei Koburg. Da nach der deutschen Wiedervereinigung die Zonenrandförderung wegfiel, vollzieht sich derzeit verstärkt durch die EU-Osterweiterung und die Wirtschaftskrise ein Strukturwandel, dem viele Arbeitsplätze und Betriebe zum Opfer fallen. Als Folge dieser Entwicklung stieg die Arbeitslosenquote zwischenzeitlich von ca. 3% in den 1980ern auf 10,5%. Im Jahr 2013 betrug sie 4,1%. Als soziale Einrichtung ist das Jugendhaus Nuukirchen zu erwähnen. Politik Landrat Landrat ist seit 2008 Michael C. Bush, der sich in der Stichwahl am 16. März 2008 mit 52,52% der Stimmen gegen Staatssekretär Jürgen Heike durchsetzte. Sein Vorgänger war Karl Zeidler. 2014 wurde Bush mit 62,95% in seinem Amt bestätigt. Kreistag Der Kreistag besteht aus 60 Kreisräten und dem Landrat und setzt sich aufgrund der Kommunalwahl vom 16. März 2014 wie folgt zusammen. CSU-Landvolk 20 Sitze SPD 20 Sitze, darunter der Landrat Freie Wähler 10 Sitze Grüne 5 Sitze Unabhängige Landkreisbürger 3 Sitze ÖDP 2 Sitze FDP 1 Sitz Wappenbeschreibung Gespalten Vorne die bayerischen Rauten, hinten neunmal geteilt von Schwarz und Gold Belegt mit einem schrägen und gebogenen grünen Rautenkranz, Bedeutung Die vordere Hälfte des Wappens betont die nach dem Anschluss des Freistaates Coburg an Bayern bestehende staatliche Zugehörigkeit und die Eigenschaft des Wappeninhabers als bayerischer Landkreis. Die hintere Hälfte des Wappens dagegen weist durch das Hauptwappen der Vertiner mit dem Rautenkranz auf die jahrhundertelange Verbindung mit Sachsen. Hin Neben dem Wappen verwendet der Landkreis auch ein Logo. Bevölkerung Die Coburger Region wurde bis zum sechste Jahrhundert von den Thüringern besiedelt und während der Völkerwanderung von den Franken erobert. In ostfränkischer Zeit wanderten slawische Wänden und Sorben ein. Die Mundart der Region ist das Sitzgründische, ein Dialekt des Mainfränkischen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen sich viele Flüchtlinge aus den Ostgebieten in Coburg nieder. 1946 zählte der Landkreis mehr als 61.000 Einwohner gegenüber 40.000 im Jahre 1939. Verkehr Die Wehrer Eisenbahngesellschaft, an deren Aktien Kapital des Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha beteiligt war, richtete 1858 ihre erste Strecke. Die Wehrerbahn von Eisenach über Meiningen-Eisfeld nach Coburg ein. In Richtung Norden gab es als Zweigstrecke die Verbindung von Coburg nach Sonneberg. Die Verbindung nach Lichtenfels wurde 1859 gemeinsam mit dem Königreich Bayern hergestellt. 1892 kam die erste Lokalbahn auf der Bahnstrecke Coburg-Bad-Rodach hinzu. Weitere Nebenbahnen eröffnete die Preußische Staatsbahn. 1900 die Ilz-Grundbahn in Kreitlitz abzweigend nach Rossach und 1901 die Steinachtallbahn in Ebersdorf abzweigend. Nach Weithausen diese wurde 1920 durch die Deutsche Reichsbahn in einem Ring nach Neustadt zur Strecke Coburg-Sonneberg weitergeführt. Die Bayerische Staatsbahn bediente ab 1913 mit ihrer Lokalbahnstrecke Bamberg-Dietersdorf die Stadt Sesslach und einige Gemeinden im Westen des Kreises. Das Gesamtnetz von 105 Kilometer Länge wird heute nur noch knapp zur Hälfte vom Personenverkehr bedient. Stilllegungen fanden statt. 1945 führt am Berg Heube-Schmuppepp-Neustadt. 1945 50. Eisfeld-Gürsdorf-Tiefenlauter Coburg. 1975 Breitengüßbach-Kaltenbrunn-Untermetzbach-Mimmelsdorf-Dietersdorf. 1975 Ebersdorf bei Coburg-Hofsteinach führt am Berg. 1984 Kreitlitz-Rossach. Der Schienenverkehr hat derzeit nur eine geringe Bedeutung, insbesondere weil die Wehra-Bahn als West-Ost-Verbindung nicht mehr existiert. Die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Erfurt für den ICE von München nach Berlin ist in Bau und soll Ende 2017 fertiggestellt sein. Coburg war auch im Straßenverkehr schlecht angebunden, da es in der Region bis zur Deutschen Einheit 1990 kaum Durchgangsverkehr gab. Der Straßenverkehr war geprägt von den Bundesstraßen 4, die als Nord-Süd-Achse den Nürnberger Raum mit Thüringen und der B303, die als West-Ost-Achse Schweinfurt mit Tschechien verbindet. Im Rahmen des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit wurde die Bundesautobahn 73 über Coburg nach Suhl verlängert und ist seit dem 5. September 2008 durchgehend befahrbar. Sehenswürdigkeiten Schloss Ahorn Ahorn Gerätemuseum des Goburger Landes Ahorn Schloss Hohenstein Gemeinde Teil Hohenstein der Gemeinde Ahorn Schloss Rosenau Rödental Schloss Tambach Tambach Wildpark Tambach Tambach Kloster Sonnefeld Sonnefeld Kloster Mönchröden Rödental Schutzgebiete Im Landkreis Goburg gibt es 17 Naturschutzgebiete, 12 Landschaftsschutzgebiete, 21 FFH-Gebiete und 15 vom Bayerischen Landesamt für Umweltausgewiesene Geotope, siehe auch, Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Goburg, Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Goburg, Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Goburg, Liste der Geotope im Landkreis Goburg. Städte und Gemeinden Städte und Gemeinden des Landkreises vor der Gebietsreform 1971-78. bis zur Gebietsreform 1971-78. hatte der Landkreis Goburg insgesamt 133 Gemeinden. Im Westen und Norden grenzte der Landkreis nach 1945 an die Deutsche Demokratische Republik. Im Südosten grenzte der Landkreis an den Landkreis Kronach, im Süden an den Landkreis Lichtenfels, im Südwesten an den Landkreis Staffelstein. Im Gegensatz zu heute war nicht nur Goburg eine kreisfreie Stadt, sondern auch Neustadt B. Coburg Wie heute noch war die Stadt Coburg Sitz der Kreisverwaltung. Die Gemeinden des Landkreises Coburg zwischen 1921 und der Gemeindereform 1971-78. Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen Co. zugewiesen. Es wird durchgängig bis heute ausgegeben. Seit dem 10. Juli 2013 ist auch das Unterscheidungszeichen NEC erhältlich. Die Kraftfahrzeugzulassung erfolgt seit 1. Dezember 2014 gemeinsam mit der kreisfreien Stadt Coburg im Zweckverband Zulassungsstelle Coburg.